Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 20. November 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 566 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch. Silence, Suchmaschine, Alexe, Emui 9, Siri und Kontaktlinsen. Ich beginne gleich mit dem ersten. BlackBerry hat Silence. Ich nehme nicht an, dass man es so ausspricht, aber ihr könnt es nachlesen. Wenn es euch interessiert, aufgekauft. Das ist eine Firma, die im amerikanischen Kalifornien lebt und sich da vor allem im Bereich Cyberkriminalität und vor allem auch Cybersicherheit stark gemacht hat. Und was will BlackBerry damit? Sie möchten ihre eigene IoT-Plattform Spark aufpeppen. Der eine oder andere wird jetzt denken, wer ist BlackBerry? Und der andere oder die andere dann schlussendlich, was ist Spark? Ja, BlackBerry war mal was Grosses in diesem Business mit den Smartphones. Ist aber immer noch nicht tot, wie wir gerade gesehen haben. Zumindest haben sie genügend Kohle, um ein bisschen was dazu zu kaufen und ihr System weiter aufzubohren. Und ja, wir dürfen mal gespannt sein, was daraus wird schlussendlich. Immer wieder übt Apples CEO und generell Apple Kritik an Google und an Facebook, weil sie grosse Datenkraken sind, Daten sammeln etc. Und jetzt wurde natürlich eine Frage, die schon länger im Raum stand, weshalb, wenn man so gegen Google ist, man dann die Suchmaschine von ihnen nutzt. Und ganz nebenbei, 9 Milliarden Dollar pro Jahr zusätzlich von Google einnimmt, für das die eben die Suchmaschine als Standard im System integrieren. Die Antwort von Seiten Tim Cooks ist relativ einfach, weil es die beste Suchmaschine auf dieser Welt ist. Zusätzlich hat der Safari, der Smartphone eigen, also der Betriebssystem eigene Browser, aber Möglichkeiten, um die Sammelwut, die Google da über die Suchmaschine auch betreibt, einzugrenzen. Heisst über den Datenschutzmodus und auch seit iOS 12 mit diversen Möglichkeiten bremst man da Google deutlich ein. Ja, eine andere Möglichkeit wäre natürlich gewesen, Apple macht eine eigene Suchmaschine. Geld wäre vorhanden, doch um da ranzukommen, sieht man ja zum Beispiel bei Microsoft mit Bing. Auch die hätten Geld genug, dennoch schaffen sie es nicht immer wirklich ganz so in den Bereich zu kommen, wo Google aktuell ist. Und ja, mal schauen, was da die Zukunft bringt. Alternativen gibt es ja natürlich auch, wer nicht Google oder Bing nutzen möchte. Es gibt genügend Alternativen und auch sichere oder nicht aussperrende Suchmaschinen auf dieser Welt, sei DuckGoGo ist zum Beispiel eine dieser Alternativen. Gibt es auch direkt, wenn ihr bei den Einstellungen bei iOS sind, zum Auswählen als eben sogenannte Alternative, wer das nicht mag. Dann gehen wir weiter. Er berichtet, dass der Sprachassistent von Amazon jetzt auf Windows 10 gelandet ist, sprich neben Cortana jetzt auch Alexa spricht. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Skype ist nun verfügbar, ab sofort für die Amazon Alexa. Alexa heisst, ihr könnt, wenn ihr mögt, Alexa rufe Vater auf Skype an zum Beispiel sagen und dann wird über den Dienst Skype euer Vater, den ihr da natürlich hinterlegt haben müsst, unter dem Namen, angerufen. Ein cooles Feature, wie ich finde, eine coole Möglichkeit, da Skype doch immer noch bei einigen verbreitet ist, vor allem auch bei Familien sehr beliebt ist, unter anderem auch bei uns. Und somit hat man die Möglichkeit, direkt darüber zu gehen. 200 Freiminuten gibt es für all diejenigen, die das zum Start nutzen möchten. Die sind jeweils verteilt auf 100 Freiminuten für die nächsten zwei Monate. Heisst, ihr könnt nicht nur von Skype zu Skype telefonieren. Das Ganze geht auch in den Mobilfunk und ins Festnetz. Wenn es euch interessiert, schaut euch unbedingt die Liste an in die Länder, in die ihr telefonieren könnt. Schweiz, Deutschland und Österreich sind mit drauf. Genau. Somit könnt ihr happy drauf los telefonieren mit Freiminuten, wenn ihr dann mögt. Es sind neu zu Huawei und Honor, das ist ja die kleine, günstigere Marke von Huawei, aufgetaucht mit ihrem Emui 9. Emui, für diejenigen, denen das nichts sagt, das ist so das, was Huawei über Android klatscht und dann mit seinen eigenen Apps, Diensten und allen Möglichkeiten anpasst. Bei Samsung ist es TouchWiz und bei anderen Firmen gibt es da auch irgendwelche Dinge, die drüber geklatscht werden. Also ganz was Normales bei Android. Jetzt ist es aber so, dass zumindest zum Glück, aktuell weiss man nur in China, der Emui 9, das verhindert, dass alternative Lounger installiert werden können. Ich habe zum Beispiel den von Microsoft, früher Arrow, jetzt einfach Microsoft Lounger, drauf installiert. Wäre ich in China und hätte eines dieser Geräte, könnte ich zum Beispiel jetzt keinen dieser, eben meinen Launcher installieren. Ziemlich unschön, es gibt auch schon Stimmen, dass das in Deutschland teilweise der Fall sein soll. Da ist natürlich zu hinterfragen, ob das direkte Geräte oder für den deutschen Markt bestimmte Geräte waren und oder ob das Importe von China waren, irgendwelche Grauimporte oder was es auch noch alles für Möglichkeiten gibt. Der Grund laut Huawei soll sein, man möchte verhindern, dass sogenannte Fake-Emui-Launcher aufs Gerät kommen können. Ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Weiter geht's bei Apple und zwar mit dem Bereich Datenschutz statt Cloud. Schöner Titel. Apple möchte sein Siri, da ja das Smartphone und das iPad mittlerweile so eine brachiale Daten, nicht Daten, eine brachiale Rechenleistung haben, lokal auf dem Gerät ausführen. Das heisst, wenn ihr aktuell, egal ob bei Siri, Alexa, wo auch immer, in so ein Gerät reinsprecht, den Sprachassistenten aktiviert, dann geht das, was ihr gesprochen habt, auf den Server. Da wird das Ganze verglichen, abgeglichen, das Resultat zurückgespielt und fertig. Doof ist das, wenn ihr es um Dienste geht, die ihr eigentlich lokal machen könntet, wie das Schreiben einer SMS, einer E-Mail und dann von da vom Gerät lokal aus verschlüsselt wegverschicken. Natürlich könnte man das schöner machen bei Diensten, wie zum Beispiel der Wetteranfrage und solchen Geschichten, ist es natürlich logisch, da braucht es ein Internet. Aber auch da möchte eben Apple in die Richtung gehen, dass alles Mögliche auf dem Gerät gerechnet wird, auch die Erkennung, um was es geht und erst dann, wenn es wirklich nötig ist, sich die Informationen vom Web holt und das natürlich auch verschlüsselt. Da dürfen wir extrem gespannt sein, wenn das Ganze soweit ist und ich würde mich freuen, wenn meine Siri bei mir zu Hause bleiben würde, soweit wie möglich natürlich. Ja, zu guter Letzt habe ich noch eine eher traurige Nachricht für allejenigen, die unter euch hören, Diabetiker sind und oder solche kennen. Die Google hat mit, jetzt bin ich mir ganz sicher, Novartis oder doch zumindest im Schweizer Pharmainstitut an einer Linse getüftelt, die eben genau den Blutzuckerwert im Blick hätte halten sollen. Und das mittels der Tränenflüssigkeit, da ist jetzt aber so, dass nach den ganzen Forschungen, die die beiden betrieben haben, sie herausgefunden haben, dass die Schwankungen zwischen den Werten und den echten Werten nicht ganz so toll sind. Somit lässt sich das natürlich nicht wirklich gebrauchen. Wirklich schade, hätte sonst eine deutliche Erleichterung für alle Diabetiker sein können, wenn sie das hätten machen wollen. Das waren die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Morgen am Mittwoch geht es weiter, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, einschaltet, runterladet, anhört, was auch immer. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen, euer Feedback. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag, viel Erfolg und bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.